Mein Schuh ist einfach freundlich, alles sauber, das fängt schon im Eingangbereich an mit den Schuhen und so. Ich habe mir das erste Mal alles angeschaut und habe gedacht, wow. Also auf jeden Fall, wenn meine Zähne fertig sind, da komme ich nur zu Untersuchungen her. Was mir gefällt? Urlaub sowieso, das muss ich noch ein bisschen vertreten. Aber in Bulgarien ist auch schön.